Ja, herzlich willkommen bei Trumpf hier heute zu unserer Talkrunde zum Thema Smart Services. Mein Name ist Alexander Kunz, ich bin im Vertrieb für die Smart Factory zuständig und viele Leute denken ja eine Smart Factory ist nur was für große Unternehmen, aber im Gegenteil ist es für kleine Unternehmen ganz genauso gleich wichtig, weil es gibt letztendlich in einer Smart Factory um reibungslose, zuverlässige Prozesse und das fängt eben an mit datengestützten Produkten, die dafür notwendig sind und eben nicht nur für den Ablauf beim Produzieren, sondern auch wenn es mal einen Service braucht, wenn die Maschinen mal stehen und darum geht es heute. Ich habe meine drei Experten hier heute in die Talkrunde eingeladen. Zu meiner Linken sitzt Susanne Köhler, zuständig für das Produktmanagement der Smart Services bei Trumpf und hier sitzt Alexander Feil, in unserer deutschen Tochtergesellschaft im Service, zuständig für die Systeminstallationen. Und zu meiner Rechten habe ich Dr. Michael Mühlhaus im Entwicklungsbereich, zuständig für die Smart Services. Herzlich willkommen. Ja und was wir gleich natürlich noch dazu sagen wollen, wir sind hier alle auf Corona getestet oder geimpft und genesen. Wir erfüllen diese Voraussetzung selbstverständlich und wir freuen uns auch auf Ihre Fragen, die Sie im Chat einfach schreiben können und die werden wir im Anschluss dieser Talkrunde auch dann direkt beantworten. Gut, dann wollen wir mal loslegen mit der Talkrunde. Susanne, du als Leiterin für das Produktmanagement kannst du sicherlich ein Lied davon singen. Wir haben täglich mit weltweiten Kunden und Partnern zu tun und die haben gewisse Herausforderungen. Was bewegt denn unsere Kunden aktuell? Genau, also uns ist der Austausch ganz arg wichtig und eine der größten Herausforderungen aktuell ist tatsächlich der sehr hohe Preisdruck aufgrund der globalen Konkurrenz. Deren Kunden ist es häufig gar nicht so wichtig, wo produziert wird. Hauptsache Preis und Qualität stimmen. Ein weiteres großes Problem sind die immer kleiner werdenden Losgrößen. Das erfordert einfach maximale Flexibilität in der Produktion. Du kannst dir vorstellen, Alex, da darf absolut gar nichts schief gehen. Alles ist super eng getaktet und ein ungeplanter Maschinenstillstand kann schnell zum Produktionsausfall, im schlimmsten Fall sogar zum Verlust eines Kunden oder Vertragsstrafen führen. Und ich glaube, jeder kann sich der Druck vorstellen, wenn die eigene Produktion steht und man zum Beispiel jetzt die Fließlinie von einem Automobilkonzern beliefern muss. Ich glaube jedem ist klar, Stillstandszeiten von Maschinen sind eigentlich das teuerste in einem solchen Fall. Deshalb gleich die Frage an Alexander Pfeil. Alex, was macht ihr denn dann im Service, um unseren Kunden schnell und unkompliziert zu helfen? Ja, unser Service ist der erstklassige Garant dafür, um solche Störungen schnell effizient zu beseitigen. Da sind wir gerade im Bereich Wartung und Reparaturen sehr gut unterwegs. Und wir haben jetzt hier noch ergänzend dazu drei weitere Produkte im Markt gebracht, um hier einfach noch besser und noch effizienter zu werden. Das erste Produkt, das wir hier reingebracht haben, ist die Service-App. Mit der Service-App hat der Kunde die Möglichkeit, Fälle bei uns zu melden, sieben mal 24. Sieben mal 24 heißt, rund um die Uhr heißt das? Rund um die Uhr, am Wochenende, Spätschicht, egal wann. Und das Tolle ist, der Kunde hat in der Service-App schon seine wichtigsten Daten parat. Er ist die Maschinendaten schon drin, Ansprechpartner, Grunddaten, wo er sonst immer zusammenziehen muss. Somit wählt er sich eine Maschine aus, bringt die Meldungsnummer rein, kann das Ganze noch mit Bilddaten anreichern, sodass man quasi im Innendienst gleich die richtigen Daten zur Bearbeitung zur Hand hat. Und es muss nicht mehr über andere Personen gehen, damit es dann zugeordnet wird. Somit landet quasi der Fall direkt beim richtigen Sachbearbeiter. Und somit geht es dann ganz schnell los mit der Fallbearbeitung, sobald ein Servicetechniker natürlich dafür verfügbar ist. Gut, also es ist natürlich gut, das zu sehen, wie viele Fälle es da also gibt, auch für den Kunden in MyTrump. Aber was tun wir denn dann, um ihm konkret zu helfen? Ja, eine weitere Sache ist dann, wenn dieser Fall reinkommt über die Service-App, da haben wir auch schon eine kleine KI oder Intelligenz dahinter. Wenn es bekannte Fehlernummern sind, haben wir dazu begonnen, im Service eine Service-Fallbeschreibung dazu zu machen, einen sogenannten Technical Guide. Und diesem Technical Guide tun wir jetzt für diesen Fehler eine Beschreibung machen für den Kunden, um das selbst lösen zu können. Er hat eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildmaterial, um quasi einfache Störungen, wo natürlich mal vorkommen können, selbstständig beheben kann. Das heißt, auch nachts jetzt, wenn rund um die Uhr jemand einen Fall meldet, dann kriegt er automatisch schon diesen Technical Guide, wenn es einen gibt, zugeschickt. Und er kann versuchen, das Thema selbst zu lösen und braucht Trumpf eigentlich gar nicht. Das ist natürlich super, aber was ist, wenn jetzt der Kollege, der das durcharbeitet, diesen Technical Guide, nicht ganz schafft? Was gibt es dann noch für weitere Möglichkeiten, vielleicht nach der Nachtschicht? Genau. In der Service-App hat der Kunde dann die Möglichkeit, diesen Technical Guide zu bewerten, mit gut oder schlecht. Aber wenn er nicht geholfen hat, tun wir uns natürlich am nächsten Morgen, sobald ein Kollege verfügbar ist, beim Kunden proaktiv melden und sagen jetzt so, lieber Kunde, wir haben gesehen, leider hat dieser Technical Guide nicht zur Lösung geführt. Aber wir haben jetzt ein tolles weiteres Produkt, das nennt sich Visual Assistance und dann können wir mit einem Smart Device, was der Kunde hat, ein Tablet oder ein Smartphone, kann er über die App ein Bild machen und ein Video Call und wir können dem Kunden quasi über die Schulter schauen, um das Problem zu analysieren. Weil gerade wenn er es nicht selbst lösen konnte, hat unser Indien-Kollege noch weitere Fragen, um das Ganze zu bearbeiten zu können. Und hier, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, wenn man dann quasi über die Schulter gucken kann, das live sieht oder sagen, gehen Sie noch dahin, geben Sie mal die und die Information, kann er natürlich schneller und effizienter den Fall bearbeiten, ohne dass wir jetzt wieder einen Techniker schicken müssen. Und im Optimalfall kann man es dann gemeinsam lösen und sollte das dann nicht ausreichen, hat aber der Kollege dann alle Infos zusammen, um das Problem einzugrenzen, kann das dann starten, Servicetechniker schnell zum Kunden raussenden, um das Problem zu entstören. Hast du auch was aus der Praxis zu berichten, wo das auch schon mal funktioniert hat? Da habe ich ein tolles Beispiel dafür, an der Dramatik 7000, da gibt es einen Sensor an der Laserklappe, der ist dafür verantwortlich, um die Zahnriemenabrisserkennung zu identifizieren. Und wenn man eine Maschine sehr stark nützt und dann beim Warten mal das übersieht, diesen Sensor zu reinigen, dann kann es zum Stillstand an der Maschine kommen. Und hier haben wir dem Kunden das toll beschrieben, wie er quasi selbstständig diesen Fehler entstört und der Kunde hat dann in wenigen Minuten die Maschine wieder einsatzbereit und dann kann er weiter produzieren und im Optimalfall ohne unser Eingreifen. Und es geht weiter, spart Geld, kostet Zeit und das ist eigentlich das Wichtige für den Kunden. Ganz genau. Und jetzt haben wir also gehört, wenn es mal zu einem Maschinenstillstand kommt, dann haben wir quasi nicht nur eine ganz fähige Servicetruppe, sondern wir haben drei tolle datengetriebene Smart Services. Zum einen die Service App, das heißt man kann sich jederzeit rund um die Uhr melden. Zweitens, wir haben diese Technical Guides und man kann sich selber helfen, soweit es eben geht. Oder eben auch Visual Assistance, bei dem wir uns dann zusammenschalten und wir dem Kunden über die Schulter schauen. Ich glaube, das klingt super, aber wir wollen ja eigentlich vermeiden, dass es überhaupt zu einem Maschinenstillstand erst mal kommt. Und deshalb möchte ich kurz darüber sprechen mit dir, Michael. Du bist zuständig in der Entwicklung für die Smart Services und was tut ihr? Ich glaube, wichtig, damit man vermeidet, dass es zu einem Stillstand kommt, ist ja, dass man überhaupt sieht, was los ist. Was macht ihr dafür? Ganz genau. Wir bieten die Service Vereinbarung Transparency an und im Rahmen dieser Service Vereinbarung binden wir die Kunden Maschinen an unsere Trumpf Cloud an. Die Maschinen senden dann kontinuierlich Daten. Und der Vertrag selber besteht dann aus zwei Komponenten. Das eine sind die Condition Reports. Da erhält der Kunde eine Übersicht, ein Report zu dem Zustand seiner Maschine, erste Analysen, aber vor allem auch eine Analyse der Ausfallzeiten, der Stillstandszeiten, wann sind irgendwelche Häufungen, sodass er daraufhin seine Produktion optimieren kann. Und am Ende kann er natürlich auch sehen, wenn er eingegriffen hat, ob seine Eingriffe wirklich wirksam waren, ob seine Produktion dadurch flüssiger läuft. Und das Zweite sind die Data-Driven Diagnosis. Da werden diese Maschinendaten, von denen ich eben schon sprach, die werden kontinuierlich zum Innendienst übermittelt. Und im Fehlerfall kann der dann, hat er alle Daten zur Verfügung und kann sehr schnell und effizient bei der Fallbearbeitung helfen. Jetzt haben wir ja bestimmt schon einige tausend Maschinen, sag ich jetzt mal, da angebunden. Könnt ihr dann auch nicht auch nochmal eine Schippe proaktiver werden? Und aus diesen Informationen, die wir sehen, vielleicht auch das noch vorhersagen, wann irgendwas passiert und dann mit dem Kunden Kontakt aufnehmen? Genau. Wir arbeiten sehr intensiv daran, vor den Fehler zu kommen. Wir wollen ja nicht nur im Fehlerfall reagieren, sondern wir wollen auf Basis unserer Maschinendaten erkennen, dass sich ein Fehler anbahnt. Und die Herausforderung ist ja einfach, dass wir sehr viele Signale, sehr viele Werte, sehr viele Konstellationen haben. Und wir müssen die identifizieren, die auf einen kritischen Zustand hinzeigen kann. Wir erproben hier Ansätze aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Und wenn wir solche Zustände entdeckt haben, dann informieren wir proaktiv den Kunden, melden uns bei ihm, immer in Verbindung mit einem Lösungsvorschlag, wie dieses Problem behoben werden kann oder dieses sich anbahnde Problem nicht auftritt. Jawohl. Also ich glaube, da sind manche Kunden sicherlich überrascht, wenn sie auf einmal von Trump angerufen werden, wo sie doch sich sonst vielleicht auch mal selber melden. Aber ich glaube, wir haben heute ganz toll kennenlernen dürfen, was wir alles tun, um einmal, wenn es zu einem Stillstand kommt, schnell zu helfen, durch digitale und smart Services, wie wir hier sagen. Einmal durch die Service-App, kann man sich jederzeit melden, durch den Technical Guide, man kann sich schnell helfen oder durch Visual Assistance. Und zweitens wollen wir versuchen, alle Stillstände zu vermeiden. Und dafür gibt es die Transparency Service Vereinbarung, mit der wir vor den Fehler kommen wollen, damit wir Stillstände vermeiden. Ja, und da sind wir am Ende unserer Talkrunde angekommen. Vielen Dank den Experten für die interessanten Antworten. Und wir hoffen, dass Sie auch einige Fragen jetzt im Chat auch schon gestellt haben während der Veranstaltung und freuen wir uns jetzt darauf, diese zu beantworten. Vielen Dank.